Herzlich willkommen da draußen, meine lieben Zuschauer und willkommen zum ersten Gameplay-Test des wunderbaren Gang-Mods hier von Comito auf Infinity Relife. Ich habe dabei den Programmierer und Hauptverantwortlichen für dieses Skript, Comito, als auch Vince, seid gegrüßt. Hi, hallo. Wir sind, wie ihr sehen könnt, LostMC und kämpfen heute gegen die, ich habe es vorhin falsch gesagt, gegen wen kämpfen wir? Gegen Grove Street. Genau, Grove Street, alles nur Idioten. Und zwar, sieht es so aus, wir möchten uns heute das Waffennager unter den Nagel reißen. Kennt ihr es schon aus dem ersten Video, was wir gemacht haben. Und wir müssen natürlich unser Gang-Gebiet weiter ausbauen und haben keinen Bock auf die und müssen die deswegen ausschalten. Wie sieht es aus, Jungs? Seid ihr bereit? Machen wir sie fertig? Ja. Alles klar. Aufsetzen. Was machen wir denn dann später, wenn wir die dann weggenillt haben hier so? Gehen wir überhaupt nicht in die Bar einsaufen, oder? Ja, um die Ecke hier. Ich habe da so eine Berta kennengelernt, da kann ich mir mal ein Bike ein bisschen angeben bei dir später. Mit den Kills, die ich gemacht habe. Oh, Samme. Ah, ich besaug dir auch noch ein, das ist kein Thema. Sehr gut. Ja, ich bin irgendwie immer etwas unterversorgt. Ich bin für die Bitches zuständig hier bei uns in der Gegend, ist schon okay, Mann. Ja, ich kümmere mich um die Waffen, das ist mehr so ein Mann. Alles klar. Ich kann nicht so mit Menschen. Kein Problem, kein Problem. Und unser Mechaniker, das fährt gerade ganz hinten, oder, Vince? Ja, natürlich. Der sammelt dann die Teile auf. Die Körperteile, ey. Wie kannst du das sammeln? So, wir nähern uns jetzt da vorne an der Ecke. Wie gesagt, wer das letzte Video gesehen hat, weiß Bescheid. Das ist die Waffenfabrik. Hier wird gleich der Kampf starten. Die Kugel werdet ihr auch gleich sehen, die wir im Video beschrieben haben. Und wir fahren hier mal ganz gechillt rein. Cooler Move, Ralf, cooler Move. Und ich würde sagen, ich stelle mich mal in den Kreis. Ihr könnt euch ja schon mal verteilen. Passt auf, wir haben zwei Zugänge hier hinten und vorne. Auf geht's, Jungs, ey. Ich mache das Ding mal scharf hier. Okay, du gehst nach hier, zu dem Container, dann gehe ich auf die andere Seite. Ja, ich fahre mit dem Bike noch ein Stück hinter. Also, ich werde mich jetzt nicht an Eingang stellen, weil, ich denke mal, es ist besser, wenn wir uns hier ein bisschen verstecken und direkt halten. Bleibst du an der Flagge, oder brauchst du ab, weil sonst würde ich... Ja, geht du zur Flagge, ich bleib hier mal hinten. Ich schaue, dass hier von hinten keiner rankommt, also zumindest versuche ich das direkt an. Ich stelle mal das Bike vor, ob ich das vielleicht eine gute Idee. Ja, das könnte aber explodieren, muss aufpassen, ne? Ja. Alles klar, ich bin hart im Nehmen. Alles klar, guter Mann, guter Biker, ey. Okay, ich höre schon Fahrzeuge, glaube ich. Ne, sind Fliegen hier rum. Ich habe alle im Blick, ich sage Bescheid. Alles klar, ich bin hinten am Kieshaufen gerade. Hier ist noch alles clear, soweit. Na, Straße ist auch noch nix. Ah, die sind wahrscheinlich wieder nur am Kiffen von den Kämpfen, also sonst nichts. Ja, Mann, ey, machen bestimmt wieder, sind nur am rumhängen, Hip-Hop hören, ey. Die sind so schlimm, ich haste die. Ah, die sind komischen, dieses komische, was machen die, diesen Speed oder Koks, ey, keine Ahnung, also billig Drogen, ey. Ja. Wir machen Waffen, Mann, das ist noch ordentliches, ordentlicher Job hier, so weißt du, ordentliche Arbeit hier für Männer. Ja, das ist ernstes Geschäft, da hat man was in der Hand, so. Guck mal, die trauen sich gar nicht, die Feiglinge, wo bleiben die denn, Alter, ey? Ich glaube, die treten das freiwillig an. Unglaublich, ey. Ja, ist ein ruhiger Tag hier bei uns, ne? Ah, okay, alles klar. Weißt du, irgendwer ist im Gebiet? Ich sehe von vorne keinen. Da ist es auch keiner. Okay, bei mir in der Schießerei. Ja. Vielleicht kommen die von hinten. Ich treffe halt gar nix, ich treffe halt aber gar nix. Ich kriege den da mal noch irgendwie. Okay, ist bei mir, ist bei mir, ich schau mal, ich schau mal wieder ab hier. Ich geh mal wieder rein. Ah, Tino ist bei mir. Ich ziehe ihn mal zurück. Am blauen Container. Halt ihn den Rücken frei auf dem Berg oben. Er kommt runter. Okay, unten am Container ist auch noch einer, glaube ich. Container tot. Weiter Container. Okay. Okay, alles klar, man. Nice job, Jungs. Sehr gut, gut gemacht. Weiter verteidigen. Wie sieht es aus? Müssen wir wieder einnehmen? Ich denke, ja. Nee, es hat keiner von den, also Flagge gehört nach uns. Okay, easy. Sehr gut, ne? Kannst du auch oben am Symbol sehen, das ist rechts. Alles klar, stimmt, das ist der Grove Street. Ich geh mal wieder einmal in die Position, auf die Lenkseite. Du gehst hoch, oder was? Ja, ich verzieh mich mal nach hier oben, ja. Alles klar. Hier ist ganz gut. Noch kein Sichtkontakt, weißt du, am Berg an der Seite? Ja, ich sehe das auch so. Links hinten. Oh, leck, der kommt hier reingeflogen. Warten wir hin hier, alter. Rechts hinten, sorry. Weiter erwischt. Tod direkt? Ja, beide tot. Aber nice move von den Jungs, alter. Die sind einfach über den Berg hier reingeflogen, ey. Good job, ey. Kudos. Hey, es bleibt noch einer hinterher. Kudos an die Gang, alter. Hinterher. Kudos an die Gang, okay. Thorsten, das ist der Anführer von denen, der ist auch... Der ist gut, der ist gut, ja. Pass auf, ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ich bin am Zaun. Kommt wieder an deiner Richtung. Ja, ich verstecke mich. Lass mal ruhig, komm. Alles klar, alles klar, ich falle mit Deckung. Oh, fuck. Also, ich bin an der Elke, da ist er noch nicht. Der müsste jetzt in die Mitte gehen. Jetzt läuft er, er läuft da unten rum, er läuft da unten rum. Der wird bei mir unten. Ah, der hört mich, scheiße, ey. Ich gehe mal ein bisschen... Okay, jetzt wieder auf die andere Seite, andere Seite. Er läuft Richtung Haupteingang. Ja. Den. Hintereingang. Komm, er ist fast tot. Habt ihr ihn? Fast tot. Ja, hab ein Head gegeben, aber er ist noch nicht ganz tot. Der kommt da unten bei dir, links. Oh, okay. Ich hau ab. An den Containern, ja. Jetzt ist er, ist fast tot, also Einschuss. Alles klar, ich versuch's. Vielleicht die Schrollschwinte nehmen auf die Distanz. Ah, halt, nicht Kontakt. Halt mal wegen den anderen Ausscheiden. Ja, an der Ecke ist noch frei, also da ist noch nicht. Der muss noch hinten sein. Schüsse, seht ihr von wo, von wo? Ich wurde beschossen, ich weiß nicht von wo. Richtig, hinter Eingang. Robin. Sehr gut. Ah, die haben die Flagge eingenommen. Okay, schön, ja. Ja, krass. Ja, vorne, ich war sie, einer ist vorne, einer ist vorne, ich sehe. Eingang, zwei Leute, einer rennt weg. Okay, sie haben mich offensichtlich noch nicht, okay, einer ist tot. Ronald ist noch vordereingang. Okay, einer ist noch am Leben, vorne, einer ist noch am Leben. Ja, ist tot. Okay, ich platziere mal ein Bike mal strategisch am Hintereingang, wenn die reinfahren wollen. Ich halte wieder Ausschau. Läuft richtig in Kontakt, hat der Gechner. Ein weiteres Auto kommt. Nachladen. Nichts. Richtig. Richtung Hauptleingang. Wenn es nachladen, weit fertig. Ja, ist tot. Gut, tot. Oh, halt, ich werde hart beschossen hier. Oh, äh, rechte Seite ist einer im Busch. Außerhalb? Ja, der, der jetzt kommt genau rechts von den, 90 Grad. In dem Busch, auf den ich schieße, falls du das siehst. Ja, habe ich gesehen. Genau, da drin, hock da. Okay, sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehen. Schauts, feiert, habe ich noch getroffen. Da habe ich nicht getroffen. Aber mir kommt einer hoch. Ah, ich bin tot. Okay, ich kann nur den Busch schießen, die sehen nicht. Ich verstecke mich mal nachladen. Es ist vorne oder hinten. Okay, nur auf dem Dach habe ich erwischt. Wow, mein Elm, mein Elm, mein Elm. Da ist einer ganz weit weg. Okay, tot. Okay, zwei Personen sind down. Dritte Person müsste drin sein an der Berner Flacke. Kommt ihr her? Okay, Thorsten ist tot. Einer ist unten. Mit dem Auto. Einer ist direkt. Ja, ich sehe das, den Typen auf dem Dach. Oh, Mann. Oh, ich habe die Schrottbinder ausgelassen. Damit treffe ich nicht gut auf die Distanz. Wunder, müsste er down sein. Ja, wir sollten uns um die Frage zu kommen. Bin dabei. Okay, fistfight. Nein, 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 der hat einen Baseballschläge. Ich muss hier weg, Alter. Nee, komm, wir kommen. Jetzt gibt es Schöne. Komm hier, komm her, du Sau. Komm hier, immer die Fatte hier, Alter. Schön auf die Fresse hier, Mann. Immer, was für ein harter Fight, Alter. Hau drauf, hier passiert bei mir nichts. Nein, warum bin ich denn tot? Ich habe ihn nicht, ich habe ihn noch tausendmal getroffen. Ich hasse diesen Sink, Alter. Oh, Jesus, ey. Was ist denn los? Wie steht das in den Focken?